Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute kein Spiel, wir lösen heute das Giveaway auf, was ich vor einer Woche gepostet habe bzw. hochgeladen habe auf YouTube und hier wird schon wieder 1 Melvin gemobbt, muss auch mal sein. Ja ihr seht gerade im Hintergrund mein DC, ja abends hänge ich da gerne mal ein bisschen rum, rät mit meinen Leuten, wir hören uns Musik an, wenn ich nicht gerade den Bot verstummt habe und wir lösen heute das Gewinnspiel auf. Dazu nehmen wir aber eine externe Internetseite, ich selber wähle da keinen Kommentar aus. Ja der Tyrox, dazu sage ich jetzt nichts im Video. Das ist mal was schönes, genau abonniert mich, gebt mir einen Daumen nach oben und wir wechseln jetzt einfach mal auf den zweiten Bildschirm, dazu ziehe ich OBS mal kurz auf den anderen rüber. So, hier seht ihr die Internetseite auf der ich den Comment auswählen lasse. Dazu brauche ich nicht viel außer die Video URL, die füge ich hier ein. Dann lassen wir die Seite gucken wie viel Kommentare es geworden sind. 5 Stück. Das können wir dann hier unten nachprüfen. 1, 2, 3, 4, 5 genau. Und wenn ich jetzt hier auf Start klicke, wird mir ein glücklicher Gewinner random ausgewählt. Und ich würde sagen, wir starten. Und der glückliche Gewinner ist Melvin1. So Melvin, du darfst mich jetzt auf Discord privat anschreiben, lässt mir dein Postfach oder deine Adresse zukommen und ich werde so schnell wie möglich dir deine Tastatur und die Maus zuschicken. Und da sich ja, wie man hier in den Kommentaren auch sieht, niemand für das XXL Mauspad, oh ist gerade ein bisschen, so. Da sich niemand für das XXL Mauspad in den Kommentaren beworben hat, dass es gewinnen möchte, werde ich als Bonus das XXL Mauspad bei der Gaming Tastatur und der Gaming Maus mit dazu packen. Und ich hoffe, du hast viel Spaß mit der Tastatur und der Maus und dem XXL Mauspad. Wie gesagt, schreibt mich privat an Melvin. Ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen außer bleibt entspannt, genießt den Tag und Bye Bye!